Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC. In der vergangenen Woche hat sich der Goldpreis an der Marke von 1.900 Dollar gemessen und den Kampf verloren. Wie sich Anleger derzeit auf dem Goldmarkt positionieren können, das erfahren Sie jetzt von Matthias Hüppe von der HSBC Deutschland. Ja Hüppe, schön, dass Sie bei uns sind. Der Goldpreis hat den nachhaltigen Sprung über 1.900 Dollar nicht geschafft. Welche Faktoren drücken denn jetzt aufs Gemüt oder ist das einfach ein normaler Rücksetzer nach dem zuletzt starken Anstieg? Ja, man muss es mal relativieren natürlich. Also im Mai hat der Goldpreis 8% gemacht, seit April 12%. Also so gesehen ist das mal eine kleine Konsolidierung. Und zum anderen muss man ja auch ein bisschen sehen, fundamental spricht ja doch einiges gerade für den Goldpreis. Wir haben es jetzt gesehen in den USA, die doch sehr hohe Inflation mit über 4%, selbst 3% der Kernrate. Das hat dann doch alle überrascht. Und grundsätzlich ist ja Inflation eher was Positives für Gold, weil dann Gold seinen Wert sozusagen hält. Dann ist ein bisschen der Gegenspieler natürlich das Zinsthema. Und in den USA gibt es da jetzt so zwei Seiten. Ein Jeremy Powell, Fettchef, der sagt, nein, die Zinsen bleiben niedrig. Während Frau Jellen gesagt hat, naja, wir könnten uns auch mal wieder überlegen, ob wir nicht auch die Zinsen auf ein anderes Niveau bringen. Natürlich hat Fette am Ende des Tages das sagen. Aber natürlich das perfekte Szenario in Anführungszeichen wäre natürlich eine hohe Inflation bei gleichzeitig niedrigen Zinsen, weil das wäre natürlich der Vorteil für Gold an der Stelle. Und spannend wird sicherlich heute auch nochmal, was die ZB sagt, wie die Inflationzahlen dann für den Euro-Raum sind. Jetzt haben Sie schon mal verschiedene Einflussfaktoren angesprochen. Vor kurzem gab es ja auch einen regelrechten Run auf den Bitcoin. Und dadurch war das Interesse an Edelmetallen ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ist der Bitcoin tatsächlich ein neuer Belastungsfaktor, den es früher nicht so gab? Naja, Belastungsfaktor. Zumindest hat man oft ja das Wort, das digitale Gold gehört und auch zum Teil gesehen, dass auch institutionelle Investoren in Bitcoin investiert haben und zum Teil ihre Goldvorräte ein bisschen reduziert haben bzw. umgeschichtet haben. Und was man dann doch festgestellt hat, ist jetzt gerade die Volatilität, die man dann in den Kryptowährungen gesehen hat und vor allem natürlich auch in Bitcoin in der letzten Zeit, dann doch wieder ein paar verschreckt nach dem Motto, naja, also Gold schwankt zwar auch, aber Bitcoin schwankt deutlich stärker. Also das bringt sich Unruhe ins Depot, dass auch einige sich da wieder ein bisschen zurückgezogen haben und dann wieder den sicheren Hafen des Goldes gesucht haben. Soweit die fundamentalen Faktoren. Wir wollen uns auch mal die Chart-Techniken ein bisschen näher anschauen. Welche Entwicklung lässt sich denn kurz bis mittelfristig ableiten? Ja, charttechnisch muss man eigentlich sagen, ist die Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, gar nicht so schlecht, weil wir haben so gesehen eine Korrekturflagge gehabt, nachdem es nach oben ging, kam eine Korrekturflagge, die ist jetzt nach oben, das waren die 1852, da sind wir nach oben ausgebrochen und das ist ein positives Signal. Also wir sind da raus und deswegen die 1900 sind jetzt gar nicht so entscheidend, sondern es sind eher dann die 1920, das war nämlich das Rekordlevel in dem Thema. Wenn wir darüber gehen, dann haben wir nachhaltig nochmal Antrieb bis 2072, also 2072, das war das Hoch aus dem August letzten Jahres und rein rechnerisch, wenn man dieses Muster nimmt, diese Umkehrformation, dann haben wir sogar ein Potenzial bis 2295, wie gesagt, auf der technischen Seite. Wie immer auch unten sollte man natürlich immer vorsichtig sein. Sollten wir wieder in diesen Korrekturtrend reinlaufen, also die 1952 so ein bisschen als 1950 so als Marke haben, dann könnte das Ganze dann doch wieder in die andere Richtung gehen. Aber charttechnisch muss man sagen, die 1900 sind gar nicht so entscheidend, sondern eher die 1920 als nächsten Antrieb. Wir bleiben dann so nach wie vor bullish bei Gold. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Anleger, in Gold zu investieren? Es gibt natürlich die Möglichkeit des physischen Gold, aber da ist die Erfahrung so, das kommt einem in den Tresoren, das bleibt dann auch so, sind natürlich auch hohe Kosten, was was Kaufkosten angeht, auch Lagerung und natürlich dann auch der Verkauf. Dann gibt es natürlich das Ganze über EBCs, sei es Euwax Gold, Xepa Gold und natürlich, und da sehen wir bei uns in letzter Zeit sehr stark das Thema der Hebelprodukte und da haben wir in letzter Zeit festgestellt, dass sehr viele dann die Knockout-Papiere suchen und auch eher auf einen steigenden Goldpreis gesetzt haben. Jetzt haben Sie schon Produkte angesprochen. Wo liegen denn die Vor- und Nachteile bei Long-Hebelprodukten auf Gold? Ja, also Hebelprodukte ganz klar sind natürlich gefährlich, weil Sie einen Hebel haben. Sie bieten viel Chancen, aber entsprechen auch viel Risiken. Also wer mit Hebel agiert, sollte sich natürlich über diese Produkte informieren. Der Hebel wirkt in beide Richtungen, das ist immer ganz klar. Da sollte man sich im Vorfeld schlau machen, das kann zum Totalverlust führen. Und natürlich wichtig auch, wie gesagt, diese Knockout-Produkte, die können halt ausknocken und Gold 24 Stunden am Tag in der Regel, gar nur Tage die Woche. Das kann also auch außerhalb der Handelszeiten von 8 bis 20 Uhr passieren, wo man dann nicht agieren kann. Das sollte man bei Gold natürlich auch berücksichtigen. Dann natürlich auch nochmal Gold notiert in US-Dollar, wird aber natürlich die Produkte notieren in Euro. Man hat also nochmal das Währungsrisiko, was natürlich bei Hebelprodukten jetzt nicht so groß ist, als wenn man 1 zu 1 investiert ist. Aber auch das muss man berücksichtigen. Und last but not least sollte man sich natürlich über die Bonität des Emittenten informieren. Soweit Matthias Hüppe von der HSBC Deutschland. Vielen Dank. Danke auch. Und auch vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen.